Juventus Turin hat die Serie A schon fast gewonnen. Darum wird die Mannschaft in der Champions League 100% geben können. Juve ist ein Riesengegner, genauso wie die beiden vorherigen Teams. Der große Unterschied zwischen Juventus und Manchester City oder Borussia Dortmund ist aber der, dass Juve die beste Defensive Europas hat.